Willkommen zurück bei Sword Art Online Hollow Realization. Ja, ich muss gestehen, es ist gerade unheimlich komisch, Sword Art Online zu spielen. Das klingt jetzt total doof, aber ich habe in den letzten zweieinhalb Tagen 25 Parts Horizon Zero Dawn aufgenommen. Und ja, ich bin dem Spiel vollkommen verfallen. Wirkt ernsthaft. Ich bin dem Spiel vollkommen verfallen. Deswegen, ja, egal. Ich wollte jetzt mal zwei Parts Sword Art Online aufnehmen, damit ich für die nächste Woche komplett genug Parts für Sword Art Online... Sword Art Online, das neue Spiel. Damit ich genug Parts für Sword Art Online habe, damit ich euch auch weiterhin alle zwei Tage mit Sword Art Online verpflegen kann. Und deswegen wollte ich jetzt mal zwei Parts Sword Art Online aufnehmen, anstatt... Gehe zurück in die Stadt und rede mit Premiere. Wo ist denn Premiere? Moment, hatten wir Premiere nicht sogar... Moment, Moment, Moment. Ich glaube, wir wollten Premiere mitnehmen, oder nicht? Hier habe ich ein Dolch gegeben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn ich ihr ein Dolch nicht gegeben habe, ist das ein bisschen bitter jetzt. Ähm... Freunde, wo ist denn Premiere? Ich glaube, ich muss sie in meiner Gruppe haben, wenn ich mich nicht täusche. Park am Seeufer. Ja, Park am Seeufer. Okay, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was vergessen, was ich, ähm... tun sollte. Also ich... Wie gesagt, ich habe... alles vergessen. Ich muss auch im Laufe der Woche... vor Donnerstag nochmal irgendwann Dreamdog Distance aufnehmen. Ich bin halt gerade... unglaublich vertieft in Horizon Zero Dawn. Ich kann das Spiel nur jedem... empfehlen, das Spiel ist... unglaublich gut. Es macht unglaublich viel Spaß. Da ist Yui. Aber ja, ich vergesse jetzt mal Horizon Zero Dawn. Ich konzentriere mich jetzt mal auf Fallout Online. Aber dafür müsste ich erst Premiere finden. Und das stellt sich gerade eher als schwierig raus. Dankeschön. Hallo Premiere. Ja. Geh voraus. Großartig. Gehen wir. In der Tat. Gehen wir. Okay. Ich frage mich nur wohin. Und ich dachte, das würden wir eine Suche nach der Nadel und Heuer auf den Nadel. Da dann... Jetzt geht's ans Eingemachte. Muss ich selbst kämpfen? Ich muss... Was? Oh, scheiße. Ich versuche zu dodgen und... Oh, fuck. Ich bin gerade vollkommen eine andere Steuerung gewöhnt. Ähm. Also vollkommen... Wo ist denn angreifen? Da ist angreifen. Das klingt jetzt unglaublich erwärmlich. Aber ich hab echt gerade... Asana habe ich da... Warum habe ich nur Asana dabei? Warum hat Asana ein Schild an? Ich bin verwirrt. Warum hat Asana ein Schild an? Oh, das ist ein Schild an. Oh, das ist ein Schild an. Ich habe das in diesem Dungeon nicht verstanden. Okay. Es ist ein Schild an. Ja, das ist das. Okay. Kirito, ここに何か書いてあります? Nice, Premier! 大地を混沌が覆う時 二人の女神が舞いより 祈りによって黒き闇は振りかかるのが 二人の女神? どうでしたか? な、なあ、また新しい情報を手に入れたよ 正直、女神というのはプレミアだろうと思っていたけど 二人いるとなると話が変わってくるぞ 結局、プレミアのクエストはどんな内容なんだ? 部分的にしか情報がないから話がつかめない このまま進めていけば分かるようになっているのか うーん、待たせー! もう、すぐに集まりしてくれるのは 二人で終わったよ 急に呼び出したいな ちょっと待ってるのが 似てるのが お、皆さん集まっているの? もう、全て集まっているの? それを最後に見るの? はい、二人で終わったよ 急に呼び出しちゃって、ごめんなさい Wie viele waren das nochmal? Sechs? Oder acht? Das ist es wieder ein Schritt zu dem Weg. Aber es ist auch die Nachfrage, die mir auch schon erwähnt. Es gibt die Vorstellung der Vorstellung, die der heute Abend in diesem Band an geschrieben haben. Es war vorhin, dass es der Vorstellung der Sehre von der Frau von der Frau von Macht zu erzeugen ist. Die Erklärung war das hier, nicht wahr? Ja, ich weiß, dass ich 6 Punkte habe, und ich weiß, dass es eine Frau gibt, aber ich weiß, dass es die Frau gibt, und ich weiß, dass es eine Frau gibt. Das heißt, dass es eine Frau gibt, dass es eine Frau gibt? Oder dass sie eine Frau gibt? Ähm, die zweite Göttin ist Genesis. Ich glaube, er hieß Genesis, oder? Die zweite Göttin ist eindeutig Genesis. Rechte Hand der Göttin? Ja, ich weiß nicht, dass es noch ein paar Informationen gibt. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Aber sie haben sich nicht so gut, dass es sich nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. dass sie die karte kann sich doch nicht mal vor pflanzen beschützen die dich irgendwie mit den tag nah naja naja Ok, was heißt das jetzt für mich? Wir wetten, mein Eventlog hat jetzt mindestens 10 Einträge. Mein Eventlog wird jetzt mindestens 10 Einträge haben, glaubt es mir. Wir haben große Fortschritte mit Premiers Quest gemacht, aber sie ist noch längst nicht vorbei. Wir müssen in allen Gebieten Fortschritte machen, damit wir in Spiele vorankommen. Das war ja, fuck. Das war ja ernst. Also, das mit den mindestens 10 Einträgen... Ich hatte recht. Ja. Ja, gut. Gameplay wird es wohl demnächst nicht mehr geben. Ok, wir werden ein bisschen was machen. Wir haben so viel Zeug da drin, jetzt muss ich auch ein bisschen was machen. Ich habe eine neue Nachricht von Lisbeth. Wenn also Premiere eine Göttin ist, war ja es dann die andere. Ich schätze, wir müssen weitermachen. Nein, sag bloß. Auch wenn ich jetzt wie klein klinge, ob Göttin oder nicht, das spielt keine Rolle. Machen wir mit der Quest weiter. Ok, Sinon. Premiere ist seit einiger Zeit viel offener geworden. Das ist alles dir zu verdanken. Warum mir? Warum bin ich jetzt hier der Ohrheilige? Naja, egal. Da haben wir doch direkt mal Lisbeth. Sie macht es mir einfach hier. Nein, ich wollte eigentlich... Ah, diesmal nicht Liefer, ja? Ja, ich bin mir einfach nicht liefert. Ich bin mir einfach nicht liefert. Oh. 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 Oh! Und Argo soll helfen? Okay. Wahrscheinlich mal eine Quest. Ja. 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 Solange du ehrlich bist. Okay. Inwiefern soll sie erbig bleiben? Ein Brunnen? Nicht eher ein Brunnen? Ja. Ich bin mir gut. Entschuldigung, Liz? Ja, wir machen. Eie! Du hast es, Liz. Ich habe alles in der Mitte. Schau! Der Zutat ist der Zutat. ich einfach mal reinspringen Ich weiß nicht, was ich sagen. Okay, ich kenne keine Fabel des ehrlichen Holzfälles. Naja, wenn die jetzt ihren Schmiedehelmer da reinfallen lassen und dann ist das nicht so, dann habt ihr ein kleines Problem, ne? Oh, der Held. Oh, der Held. Oh, der Held. Oh? Oh, der Held. 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 Oh. 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 Oh, der Held bacon ist ja im Na ja, Rize, ich will ehrlich sagen, was ich nicht zu stellen. Ich verstehe. Ähm... Ich habe mich verletzt, dass ich keinen Fall habe. Ich habe mich verletzt, dass ich ein Iron Hammer habe. Ich verstehe. Aber wir beginnen mit Iron Hammer. Ach so! Ah... Ich habe mich verletzt, dass ich das geschlossene Hände habe. Und dann, die du ehrlich gesagt hast, wir müssen die neue Silber Hammer und die neue Gold Hammer haben. Du hast es geschafft, Rize! Du hast auch zwei Punkte gemacht. Dann bitte, danke. H-h-h-h-h! Was ist das? Aber... Wie war das? Ich glaube, dass diese zwei Handwerke ist. Eh? Ich glaube, dass ich heute nicht benutzen kann. Und ich wollte noch ein bisschen mit dem Iron Hammer. Das war's für heute. Und jetzt verbufft sie ihren Eisenhammer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, jetzt ist die Frage, ob Argo das überhaupt wusste. War klar, dass sie es nicht wusste. Das war's für heute. Okay, soviel zu der Hammergeschichte von Lisbeth. Soviel zu der Hammergeschichte. Wir gucken, ob wir hier rausgehen können und im besten Fall keinen neuen Dialog los treten. Boah, ich hab's sogar geschafft. Eine neue Nachricht, wahrscheinlich von Lisbeth. Ja, war klar. Die beiden Hammer waren cool, aber ich mag meinen alten. Der Buff wird mich tolle Waffen schmieden lassen. Warte nur. Okay. Ich werde warten. Ich nehme nicht an, dass sich das Spiel auswirkt. Wer ist da oben? Fiel hier. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns hier jetzt gleich wieder. Und beziehungsweise morgen.